Platinum Gut, ich will mich echt nicht beschweren wegen Kohle Aber Zerulium wäre mir jetzt echt lieber, wenn ich jetzt Unglaublich viel Zerulium finden würde Ich sagte Zerulium und nicht Gold Sollte ich in der Tiefe nicht fündig werden Dann werde ich auf alle Fälle Planet wechseln Vielleicht finde ich ja auf einem Wüstenplaneten was Wenn es hier einen Wüstenplaneten in diesem Sonnensystem gibt Ansonsten muss ich ein neues Sonnensystem ansteuern eventuell Aber erstmal auch die anderen Planeten erkunden Mein Gott, ich meine Asteorit Habe ich nur ganz kurz angeschaut Schneeplanet, boah, vergiss das Da kriegen mich keine Ziempferde mehr hin A, wegen der gottverdammten Arschkälte Und B, weil ich da die Snow-Infanterie-Rüstung brauche A, für Wärmeschutz Und B, ähm Weil ich da echt nicht gut genug geschützt bin dadurch Vor allem muss ich mal gucken Mit der Snow-Infanterie-Rüstung Wie viel Sonnenschutz die insgesamt hat Äh, oder Wärme Die mir gibt Vielleicht kriege ich, äh Bei einer anderen Rüstung genauso viel Wärme Zusammen Nur mit dem Unterschied, dass mich die Rüstung Auch auf einem Schneeplaneten schützt So Gold Und noch mehr Gold Ja gut, kann ich alle zu Baren verarbeiten Und zu Geld machen Mal gucken Ah, feiner Sand natürlich Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Au! So, komm her, du. Wow! Nein! Nein, 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 nein. Bleib weg, bleib weg. Boah, alter Schwede. So, erstmal hier durchs Gravel buddeln. Ah, schade. Ich hab ja genügend Fackeln, dann werde ich mal hier eine platzieren. Hier eine. Hier eine. Ne, kein Cyrolium, schade. Ich will nicht wissen, was hier schon wieder für Viecher lauern. So wie da die Party gerade abgeht. Oh, nein! Das war zu früh. Au. Au. Nein! Bleib weg, bleib weg, bleib weg. Jesus! Das war gerade echt geschickt. Das war gut. Oh, die Frame-Einstürze, die waren jetzt überhaupt nicht gut. Was, wenn da jetzt ein Monster gewesen wäre? Ja, wie da zum Beispiel. Nein, 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 nein. Alter, bitte was? Bitte was? Ey, was zum Henker? Wo um Himmels Willen bin ich hier gelandet? Ah, jetzt mal im Ernst? Oh, 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 oh. Sehr schön. Was ist das jetzt? Das ist das rote Dry Sand, oder? Ja, Dry Sand, Dry Sand, trockener Sand. Alter. Nein! Boah! Oh, 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 oh. Man, ich bring mich noch hier um. Boah! 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 Nein. Alter, da gibt es Uranium ohne Ende. Auf was für einen Planeten bin ich da nur hineingerannt? Garantiert nicht auf einen Wüstenplaneten. Und doch gibt es hier reichlich Sachen. Also reichlich Uranium auf alle Fälle. Vor allem, dass es schon kommt, dass jemand Inventar lehren muss. Alter, Diamanten. Oh, 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 Zerulium. Alter, erstmal hier die ganzen Höhlen ausleuchten. Okay, jetzt bin ich wieder da. Gut zu wissen. Wow, das war knapp, ne? Oh, 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 oh. Gold, Uranium. Wow. Da ist ne Truhe. Aber so wie ich die Truhe einschätzen würde, technikfrei. Oh, da gibt es die Rhodium. Birstplasma. Alter, mein Inventar ist gleich ran voll. Alter. Alter. Das war knapp. Dann noch so ne Spritze. Ich hab doch noch irgendwo... Bomben, wollte ich grad sagen. Jupp. Hm. Hm. Die Bomben. Komm, fall im Bogen weg. Jawohl, ja. Jawohl, ja. Jawohl, ja. Ah, eher weniger. Jawohl, ja. Oh, ja. Toll. Äh, man merke, Medi-Kids fallen auch nicht mehr. So großartig. Au. Hm. Alter, hier gibt's Gold ohne Ente. Aber da beginnt schon die nächste Schicht. Und zwar Cobblestone. Alter, vor allem hab ich jetzt... Wie viel? Wow. Wow. Au. Nicht knabbern. Nein. Ich will hoch. Puh. Dum, dum, dum. So. Hui. Schön. Ja. Was man hier durchs Grave... Oh, 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 oh. Oh. Komm schon. Da Zerulium. Das will ich haben. Will und muss ich haben. Okay, jetzt bin ich schon wieder irgendwie viel zu tief. Weil die Musik jetzt aufhört. Da ist noch Kohle. Oh, Heinz, sollte ich mich auch mal. So. Äh. Aha. Vor allem hab ich jetzt echt viele Pixel gesammelt. Die würde ich fast am liebsten einkomprimieren. Ich mach zwar Verlust damit. Aber spare in der Zeit, dann hast du's in der Not. Oder wie das Sprichwort auch heißt. Äh. Die Kreaturen mögen mir nicht gefallen. Alter, alter, alter. Frame einstürze. Jesus. Boah, die Frames sind grad bis... Von wie viel? 30 oder 40 FPS sind die grad richtig brutal auf 5 oder sogar 2 Frames runtergegangen. Also da weiß man, was man ausgelöst hat. Oh, Geld. Noch mehr Pixel. Zerulium. Äh. Alter, alter. Alter, Hilfe. Um Gottes Willen. Jesus. Oh. Und Wasser. Jeder Menge Wasser. Oh. 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 Bis zum nächsten Mal.